Online Banking bei der Sparkasse Bremen. Heute PayDirect. Julia liebt es online einkaufen zu gehen. Und mit PayDirect ist das jetzt sogar noch einfacher geworden. PayDirect wird in vielen Shops als Zahlungsmöglichkeit angeboten. Damit lässt sich ganz bequem per Benutzername und Passwort bezahlen. Das Ganze ist kostenlos und da die Daten auf deutschen Servern liegen, besonders sicher. Um PayDirect nutzen zu können, schalten Sie es im Online Banking der Sparkasse Bremen frei. Hier wählen Sie jetzt einen Benutzernamen und ein Passwort Ihrer Wahl. Schauen Sie hier nochmal auf die Lieferadresse, da PayDirect diese an den Shop übermittelt. Jetzt nur noch schnell die Häkchen setzen und auf Weiter. Sie erhalten dann automatisch eine TAN, zum Beispiel auch für Smartphone über die Push-TAN-App. Nachdem Sie sich registriert haben, bekommen Sie noch eine E-Mail von PayDirect. Einfach in der Mail auf den Bestätigungslink klicken, um die Anmeldung komplett abzuschließen. Jetzt können Sie sicher online mit PayDirect einkaufen. Online Banking bei der Sparkasse Bremen. Einfach, sicher, bequem.